Das ist Sebastian. Sebastian leidet unter einer schweren neurologischen oder psychischen Erkrankung. Wie so oft geht es ihm auch heute nicht gut. Seine Arztpraxis kann ihm erst einen Termin in einigen Wochen anbieten. Er fühlt sich hilflos und weiß nicht, was er noch tun kann, um das Ganze zu beschleunigen. Als es endlich soweit ist und er seinem Facharzt oder Psychotherapeuten von seinen Symptomen berichtet, erfährt er dort zum ersten Mal von NPPV. Das Versorgungsmodell NPPV bietet ihm durch sein Netzwerk schnelle Hilfe, eine engmaschige Betreuung und zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten an. Das Einzige, was Sebastian jetzt machen muss, ist eine Teilnahmeerklärung zu unterschreiben, um NPPV-Patient zu werden. Herr Kluge ist ab sofort sein persönlicher Ansprechpartner und hilft in der Vielzahl der Behandlungsmöglichkeiten, das für Sebastian passende Programm zusammenzustellen. Er erklärt, wann immer nötig, alle zur Verfügung stehenden Behandlungshilfen und koordiniert diese für seinen Patienten. Damit Sebastian nicht den Durchblick verliert, erhält er auch einen Patientenpass mit einem Überblick der angebotenen Hilfen als Eintrittskarte in eine verbesserte Versorgung. Jetzt hält Herr Kluge extra Termine für Sebastian vor. Verschlechtert sich sein Zustand, kann Sebastian auch kurzfristig in die Praxis kommen. Außerdem kann Herr Kluge jederzeit weitere Termine bei anderen Ärzten oder Therapeuten im Netzwerk verabreden. Damit Sebastian nicht das Gefühl hat, allein mit seinem Problem zu sein, empfiehlt Herr Kluge ihm ein Gruppenangebot, das der Case Manager der NPPV-Koordinierungsstelle für Sebastian organisieren wird. An diesem NPPV-Gruppenangebot nimmt Sebastian jetzt teil. Hier erklärt Herr Kluge oder ein anderer Arzt bzw. Psychotherapeut aus dem Netzwerk zum Beispiel die Erkrankung noch einmal ausführlich und Sebastian kann durch die Fragen und den Austausch mit den anderen Gruppenmitgliedern seine Krankheit viel besser verstehen. Wieder zu Hause lockt sich Sebastian bei Novego ein, dem Online-Selbsthilfeprogramm, das Herr Kluge ihm empfohlen hat. Das alles ist ohne Extrakosten für Sebastian. Sebastian wird eingeladen, an einer Befragung zum Projekt teilzunehmen. Damit kann Sebastian mithelfen, dass bald alle Patienten mit ähnlichen Erkrankungen besser versorgt werden können. Sebastian fühlt sich jetzt gut aufgehoben und sicherer im Umgang mit der eigenen Erkrankung. Ein erster wichtiger Schritt in eine lebenswerte Zukunft. Dank einer guten Versorgung durch NPPV.